Guten Tag. Heute bin ich hier, um Ihnen etwas Wunderschönes zu zeigen. Ein wahrhaftiges Camelot des Atomzeitalters. Geschaffen nicht von Gott dem Allmächtigen, sondern dem Arbeiter. Und jetzt können Sie zum Helden werden, indem Sie noch heute eine Wohnung in einem Vault-Hack-Vault kaufen. Denn wenn es morgen zum Schlimmsten kommen sollte, braucht die Welt Sie, um ein Besseres danach zu schaffen. Die Mission der Vault sollte einem jeden von uns wichtig sein. Die Oberfläche eines Tages neu zu besiedeln. Was ist die letzten 200 Jahre passiert? Ach du Scheiße. Du bist ja tatsächlich eine Vault-Bewohnerin. Ja. Ich dachte, ihr Schwachköpfe wird längst tot. Was du da vorhast, ist irrsinnig. Es ist nicht wie im Vault da draußen. Es ist riesig. Ich hatte eine heftige Woche. Im Grunde hat jeder, den ich hier oben getroffen habe, versucht, mich umzubringen. Ich werde Ihnen lediglich die Organe entnehmen. Sie müssen nach Hause gehen. Sie entstammen einer Welt der Regeln, der Gesetze. Sie sollten nicht allein unterwegs sein. Warum hast du dich durch der Bruderschaft angeschlossen? Ich suche Vergeltung für mein Leid. Man wird die Jagd auf sie machen. Es gibt nicht viel, was hier oben sauber bleibt, Vault-Lady. Tja, das ist ein sehr kleiner Tropfen. In einem sehr, sehr großen Eimer voller Chemikalien. Es wirkt fast so, als würde das Ödland vom Chaos regiert. Aber irgendwer hält immer die Zügel in der Hand. Was geht hier vor? Alle wollen sie die Welt retten, nur. Können sie sich nicht einigen, wie? Na also, geht doch. Da ist die kleine Killerin. A flame in your heart